Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 meiner NES-Sammlung. Ich bin euer Mr. Venom1974 und ja, jetzt wird es ein bisschen bunt gemischt. Das heißt aber nicht, dass es schlechter wird. Fangen wir oben an. Defender of a Crown. Ich denke, die meisten kennen die, ja, wie soll ich sagen, bei uns hieß der Film Ivanhoe der Schwarze Ritter. Defender of a Crown, glaube ich, ist der Originaltitel des Films. 30er Jahre mit Robert Taylor. Schlagt mich, vielleicht sogar noch älter oder jünger. Egal, auf jeden Fall, in dem Dreh war das. Immer noch ein guter Film. Immer noch ein Klassiker. Und CinemaWare hat dann da so ein Strategie-Game mit ein paar Zwischensequenzen und ein paar Zwischenspielen eingebaut. Auf dem C64 eine Legende geworden. Die Amiga-Version ist gut. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Defender of a Crown 2. Das habe ich aber nie gesehen. Und selbst die CDI-Version, die ich dann auch noch habe, davon im Game. Absolut gut. Absolut ein Klassiker. Ich hätte nicht erwartet, dass es das Ding auch auf dem NES gibt, weil Strategiespiele ja nun nicht so unbedingt auf Konsolen gehören. Das ist aber gelungen. Das ist okay. Es ist keine perfekte Umsetzung. Also wer die C64-Fassung kennt, der wird hier nicht auf die NES-Fassung gehen. Aber die Leute, die nur ein NES haben, die können hier zugreifen. Also das ist immer noch ein würdiger Klassiker. Die Story ist relativ einfach. Ihr spielt einen der Angelsachsen, der dann halt den... Ne, Unsinn. Quatsch. Was spielt ihr denn nochmal? Ihr spielt die... Doch, sicher. Klar. Ihr seid dann in der Angelsachsen und versucht die Normannen aus England zu vertreiben. Und darum geht es dann. Das ist aufgebaut wie so ein Strategietitel. Dann gibt es also auch eine Möglichkeit, eine Rolle Prinzen zu retten. Und auch dementsprechend da irgendwelche Leute zu überfallen und Armeen zu bauen. Also es ist wirklich ein klassischer Strategietitel, den muss man eigentlich kennen. Und die Version ist ja okay. Nicht wahnsinnig gut, aber okay. Allerdings hingegen war ich total überrascht, dass das Ding auch auf dem NES erschien. Ich kenne es vom Mega Drive, ich kenne es vom Super Nintendo, ich kenne es vom PC. Alles tolle Versionen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Mega Drive und der Nintendo-Version. Das ist ganz interessant. Warum, weiß keiner. Vielleicht weiß das einer. Bitte in die Kommentare. Das sieht mir so aus wie so eine runtergestufte Version der Super Nintendo-Fassung. Das ist wahrscheinlich auch ganz spät im Zeitalter des NES rausgekommen. Aber es funktioniert. Es ist ein solides Jump'n'Run und ich kann es nur empfehlen. Also wer mal eine NES-Version davon zocken will, der macht nichts falsch. Das ist jetzt nicht unbedingt die Version, die ich jetzt empfehlen will, wo ich jetzt sagen würde, die müsste genau zocken. Aber das Ding macht alles richtig. Ja, da kommt es doch an. Wir wollen ja schließlich auch mal Games-Zocken, die Spaß machen. Wir wollen ja nicht immer uns höllisch frustrieren. Road Fighter hat, glaube ich, gibt es, da habe ich die MSX-Version von. Das ist ziemlich hier auch am Arcade-Original. Ihr steuert in so einer Spy-Hunter-Perspektive diesen roten Wagen und müsst dann halt ein paar Etappen machen. Es ist so der geistige Vorfahrer von F1 Spirit. Da hatte mir jemand geschrieben, das kennt er von irgendeiner anderen Konsole, System. Sagt mir, wenn ihr wisst, dass das nicht nur auf dem MSX war, dann würde ich mir das gerne angucken. Also Road Fighter kann man zugreifen, ist halt ein Arcade-Racer. Ist schnell vorbei, wenn man weiß, wie es geht. Und sonst halt ein bisschen härter. Das kennt er, das ist typischer Arcade-Qualität. Tiger Heli ist auch eine unglaublich gute Arcade-Umsetzung. Wer das vom Automaten kennt, der wird hier sagen, auf dem NES, das ist 1 zu 1. Das ist absolut perfekt. Fand ich eine super Version, musste ich auch unbedingt haben. Es ist eins meiner meiner Favorites auf dem System. Tiger Mission kann ich immer nur Leuten empfehlen, die den C-Fan 60 sieht, das mal angucken wollen. Das ist zwar eine Conversion, das hat nichts mehr mit dem zu tun, aber der Soundtrack ist einfach genial. Hier werdet ihr sehen, der Soundtrack ist mager. Der haut nicht so um, aber dafür ist das Level-Design ganz gut und das Game ist echt gut. Also Tiger Heli ist für SMAP-Fans, also für Shoot-and-Up-Fans mit dem Helikopter absolut zu empfehlen. Finde ich super. Ist auch wirklich absolut perfekt. Tennis, ja, Markenzeichen. Hier ist Mario als, ja, als Oberschiedsrichter. Der ist nicht, genau, als Oberschiedsrichter. Und die Tennis-Version ist okay. Es ist solide. Also macht man nichts wie falsch. Es ist ein Blackbox-Game, das vollkommen okay war. Es ist also einer der bekannten Starttitel gewesen fürs NES. Und da war es dann absolut okay. Also ist jetzt nicht hundertprozentig genial. Was ganz lustig ist, ich habe das Ding nochmal mit einem anderen Cover. Da komme ich dann später auch noch zu. Aber ich fand es vollkommen okay. Also ich glaube, es ist halt ein Tennisspiel. Was will man von Tennis erwarten? Hauptsache irgendwie kommt der Ball zurück. Und das kann man hier machen. Also das ist okay. Also wahnsinnige Spieltiefe braucht man nicht erwarten. Aber ist okay. Also die ganzen Mario-Tennis-Varianten, die es dann später gab, die sind alle zehnmal besser. Aber das ist hier vollkommen okay. The Adventures of Mario Billy. Okay, ja, damit hat Spoonie, glaube ich, seine Karriere begonnen, sage ich mal. Und dieses Game ist nicht gut. Ich glaube, wenn das jemand kennt, Mad City, glaube ich, im japanischen ist das Original, glaube ich. Und die westlichen Versionen wurden einfach sinnlos erschwert. Ihr habt drei verschiedene Gameplay-Elemente von dem Ding. Also ihr könnt das Ding auch mit Lightgun spielen. Das heißt, ihr habt so eine Beat-em-up-Passage, dann habt ihr so eine Driving-Race-Geschichte und dann habt ihr eben halt diese Shoot-Passage. Ich sage es mal so. Ich finde das einfach viel zu hart. Also das Game ist wirklich wieder die Kategorie Nintendo hart und Nintendo frustrierend. Also ich habe mal das japanische mal gespielt. Und da kann ich nur sagen, es ist dagegen super einfach. Das japanische ist schon nicht leicht. Das muss man zusehen. Also die späteren Levels sind dann auch frustrierend. Aber ihr kriegt jedenfalls erstmal ein Bein auf die Erde. Hier müsst ihr wirklich die Aktionen am Anfang erstmal so auswendig lernen. Ich glaube, ihr müsst die ersten drei Levels auswendig lernen, um überhaupt irgendwie sinnvoll was zu erreißen. Und ihr müsst jeden Glitch, jeden Sheet, jeden Quatsch ausnutzen, damit ihr das irgendwie ohne Sheets hier durchspielen könnt. Das ist nicht das, was ich möchte. Also deswegen guckt es euch mal an. Das gilt als eines der schlechtesten Spiele auf dem NES. Obwohl es eine Menge verschiedene Elemente bietet. Ja, und ihr könnt euch denken, auch nicht wohl ohne Grund. Hallo zu den nächsten sechs. Ja, ja. She or Die oder Ski or Die. Also zum ersten Mal mag ich natürlich Skate or Die mehr als She or Die. Definitiv. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich fand She or Die auch die Events nicht mehr ganz so rund, wie sie bei Skate or Die waren. Ich finde die NES-Version diesmal besser als Skate or Die. Sie ist noch nicht auf der Liga wie die C64-Version. Die ist deutlich besser und die ist deutlich beeindruckender. Das ist sie hier nun wirklich nicht. Aber es ist definitiv mehr dran geschraubt worden als bei Skate or Die. Das Einzige ist nur, ihr müsst euch auf die Events einlassen. Die sind nach meiner Meinung eben nicht mehr so rund. Also da gibt es zum Beispiel so ein Event, wo ihr mit so einem, ja, was soll man sagen, so einem aufgeblasenen Rettungsring da runterfahrt. Oder die Schneeball-Geschichte, ja, das kann man machen, aber, ja, so wirklich gute Events sehen anders aus. Also das ist so ein bisschen, naja, ich sage immer, das sollte ein schneller Nachfolger werden, glaube ich. Und der hätte ein bisschen mehr Feinheit gebraucht. Pinball. Ja, Flipper Games. Ihr wisst, ich bin Fan von Pinball Dreams, Pinball Fantasies, alles, was da so kam. Das ist nicht unbedingt in der Liga. Aber, und jetzt kommt die Überraschung, ich habe von dem Titel auch wieder nichts erwartet. Ja, Flipper halt, wie du es kennst, so die übliche Zeit. Ja, wie die halt so damals aussahen. Aber, dieses Spiel hat tatsächlich Tiefe. Und ihr habt sogar ein Minigame, wo ihr mit Mario romantiert. Das ist unglaublich lustig, damit habe ich nun gar nicht gerechnet. Also tut euch mal einen Gefallen, dieses ist wirklich ein guter Pinball. Und ich glaube sogar vielleicht auf der Konsole hier sogar der Beste. Deswegen tut euch mal einen Gefallen und guckt euch den an. Der ist wirklich okay, also da macht ihr nichts falsch. Shadowgate. Es gibt auf dem N64 eine Fortsetzung, die finde ich nicht gut. Um das gleich schon mal vorweg zu nehmen. Die NES-Version ist besser. Es hat das Element, was auch Déjà-vu schon hat. Das heißt, ihr habt da wieder so eine Art Point-and-Click-Adventure. Das ist aber hier mehr RPG als Point-and-Click. Also das muss jedem klar sein. Also Shadowgate geht eher so in die Richtung eben wieder von Bard's Tale, als in die Richtung von Manic Mansion oder so. Es ist spielbar. Es ist ganz lustig. Es hat auch ein paar Gags, die gar nicht verkehrt sind. Also auch vom Gameplay. Müsst ihr mal angucken. Aber ihr müsst euch so ein bisschen darauf einlassen. Also das ist nicht ganz einsteigerfreundlich. Aber ich fand es ganz okay. Deswegen wollte ich es auch haben. Und dann bin ich leider bei der N64-Version, habe ich gedacht, was ist das für ein Ding. Also das hier ist okay. Den Nachfolger könnt ihr ein bisschen innovieren. Excitebike. Ja, ist glaube ich bekannt. Oder sollte bekannt sein. Ist ein Motorrad-Cross-irgendwas. Racer, wo ihr selber eure Strecken bauen könnt. Absolut Action. Absolut Arcadig. Macht echt Höllen-Fun. Muss man sich aber auch ein bisschen dran gewöhnen. Also die KI macht es euch am Anfang nicht wirklich leicht. Aber gut. Das kennen wir ja noch. Nintendo Heart ist ja nun bekannt. Das ist aber, man kommt hier aber auch schneller rein. Also wenn man sich dann mal daran gewöhnt hat, was wo zu tun ist, dann kann man hier auch die Rennen gewinnen. Und das macht echt Spaß. Also kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht nur eins der Favorites, die wirklich Spaß gemacht haben. Ich habe am Anfang auch nicht gedacht, so besonders ist das nicht. Bis ich mich dann irgendwann mal eine Stunde hingesetzt habe und das Ding mal ein bisschen exzessiver gezockt habe. Und seitdem bin ich eigentlich Fan des Games. Dem Nachfolger auf dem N64 muss ich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Ich habe den hier auch oben fliegen, aber Leute sagen mir, der ist unglaublich toll, 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 toll. Ich finde das noch nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vielleicht gebe ich dem Game auch noch mal eine Chance. Aber das Ding hier ist absolute Legende. Gradius, beziehungsweise dem einen oder anderen bekannt als Nemesis. Ihr wisst ja, ich habe die komplette Serie vom MSX Let's Played. Das heißt, ich habe ja auch ein persönliches Interesse dran. Ich finde Gradius auf dem NES sehr Arcade-mäßig. Sehr dichter an der Original-Automatenfassung. Die ist sehr Action-High-Paced-Shoot-em-up eben. Ich finde die MSX-Version in dem Fall sinnvoller, trotz der Slowdowns und Speedups, die ein bisschen unschön sind, die ja in späteren Teilen ja Gott sei Dank korrigiert wurden. Finde ich aber ein bisschen runder. Das ist vielleicht einfach so, dass da Konami ein bisschen was gelernt hat. Hier haben sie einfach nur die Arcade-Version genommen und haben die auf dem Modul gestanzt. Aber man hat hier die Arcade-Version und wer die mag, greift hier zu. Also das werden wir dann später sehen, wenn wir zu Lifeforce-Salamander kommen. Dann werde ich dazu noch was sagen, weil dann ist es ganz wichtig, dass es die Arcade-Version ist. Aber das ist vollkommen okay. Little Nemo, The Dream Master, ist ein Game, wenn ihr auf Jump'n'Run steht, mit ein bisschen mehr Puzzle-Einlagen, ein bisschen mehr Rätsel-Elementen, wo man auch mal ein bisschen was ausprobieren kann und tricksen kann und auch ein bisschen, ich sag mal, Unsinn machen kann und sich auch selbst hier die Fallen stellen kann, dann ist das eigentlich ein gutes Game. Es ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Das heißt, man muss sich hier auch erstmal an die Engine gewöhnen, an die Technik und was man alles so machen kann. Man wird hier nicht so unbedingt gut eingeführt. Das fand ich ein bisschen störend. Aber wenn man sich mal dann daran gewöhnt hat, was alles so machbar ist, dann kann man hier allen möglichen Scheiß machen. Und man kann hier wirklich allen möglichen Scheiß machen. Man kann wirklich so einen Scheiß machen, dass man echt nicht mehr weiterkommt. Aber immerhin hat man dann mal Spaß gehabt. Das ist ja auch was. Aber sonst, es ist halt nicht ganz so leicht. Ihr könnt euch darauf einlassen, das basiert auf einem Buch, was ich nicht kenne. Vielleicht kennt das einer von euch. Klassisches Kinderbuch. Ist halt in dem typischen Stil halt, wie man es halt so kennt, Fairytale, Gedöns, ein bisschen Peter Pan-like. Gut, kann man aber machen. Ist vollkommen okay. Ich fand es zufriedenstellend. Ich weiß, eine Menge Leute können damit nichts anfangen. Guckt es euch mal einfach an. Ich würde mal sagen, guckt euch das Ding mal vorher an, bevor ihr euch das irgendwie in eine Sammlung holt. Ich finde es gut, aber ich kenne eine Menge, die damit nichts anfangen können. Das ist einfach, muss man auch ehrlich sagen. So, wir haben es wieder geschafft für die Folge. Ihr wisst ein bisschen, was habe ich noch. Da komme ich auch noch zu. Ich bin euer MrWenom1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ein paar Sachen habe ich ja noch. Wir sehen uns. Tschüss.